Hallo, mein Name ist Hans de Braque. Wir haben vor zehn Jahren in Mieterberg-Plein-Waldsertal als Holländer ein Haus gebaut, wo ich zusammen mit meiner Frau lebe und wohne. Unser Haus Waldsertberge in Mieterberg. Fünf Ferienwohnungen, jede mit eigener Sauna und sehr komplett ausgestattet. Und wir machen es immer gemütlich für unsere Gäste. Das ist meine Frau Odette. Super Aussicht. Es ist ruhig im Tal, durch Corona. Es sind keine Urlauber, es sind keine Leute für Tagesausflüge. Wir sind nur mit unseren 5000 Einwohnern und wir dürfen und können unsere Zahlen nicht raus. Aber in dieser Natur zu wohnen und zu leben ist eigentlich super. Trotzdem hoffen wir, dass wir Ihnen bald wieder herzlich willkommen heißen können. Willkommen im schönen wilden Tal im Klein-Waldsertal. Wir sind jetzt unterwegs in diesem Tal und ich mache Bilder. Und meine Bilder, die schicke ich dann später heute nach RTL in Holland zum Wetterbericht. Meine Bilder werden dreimal in die Woche präsentiert auf RTL und manchmal auch ORF. Und die zeigen dann, wie das Wetter in den Alpen ist. Und immer steht dabei, wo die Bilder gemacht sind. Also immer unser Klein-Waldsertal. Täglich sehen dann ungefähr eine Million Zuschauer meine Bilder. und sehen dann Mitterberg im Klein-Waldsertal auf Fernsehen. Eine super Werbung. Jetzt mache ich Bilder vom Wildental. Hintergrund die Berge. Eine schöne Hütte. Und ich hoffe, dass heute Abend dieses Foto ausgestrahlt wird. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017